An der Universität Innsbruck ist ein alternatives Corona-Testverfahren entwickelt worden. Bis zu 1000 Patientenproben können damit pro Tag untersucht werden. Die neue Methode ist nicht von der derzeitigen Ressourcenknappheit betroffen. Entwickelt wurde sie von Michael Traugott und seinem Uni-Spin-off Sinsoma GmbH zusammen mit den Instituten für Zoologie und Mikrobiologie. Unser Ansatz basiert auf dem Nachweis von der RNA, RNA-Partikel dieses Virus, den wir mittels einer Polymerase-Kettenreaktion auch in sehr geringen Mengen nachweisen können. Der erste Schritt ist, dass man die RNA des Virus aus der Probe gewinnen muss, sogenannte Extraktion durchführt. Und da setzen wir Verfahren ein, wo auch jetzt derzeit für die Extraktionschemie keine Engpässe bestehen. Das ist einmal ein Vorteil. Und wir können diese Extraktion auch im Hochdurchsatz durchführen mit der Hilfe von Extraktionsrobotern. Der zweite Schritt ist, wenn man diese RNA isoliert hat, diese RNA zu detektieren und zu identifizieren. Die Detektion wird gemacht über die Polymerase-Kettenreaktion. Da werden kurze Stücke an DNA eingesetzt, Primer, die spezifisch an diese Coronavirus-RNA binden. Und dann wird das Ganze vervielfältigt, wenn diese Coronaviren in der Probe vorhanden sind. In einem dritten Schritt wird die vervielfältigte DNA dann mit Hilfe von Kapillarelektrophorese nachgewiesen. In Bezug auf Ressourcen ist es so, dass wir bei diesem Kapillarelektrophorese-PCR-System jetzt bei den Reagenzien großteils unabhängig sind von Lieferengpässen, die bei der klassischen Abtestung entstehen, weil es einfach wenige Gruppen gibt, beziehungsweise Labors, die dieses Verfahren einsetzen. Machbarkeitsstudien, die Methode als Testverfahren für SARS-CoV-2-Viren einzusetzen, waren erfolgreich. Von unseren Tests her, die wir bisher durchgeführt haben, steht das Verfahren an sich. Und wir können eigentlich jetzt in den nächsten Tagen dann mit Testungen oder mit dem Screening im größeren Ausmaß beginnen. Wir sind dabei, uns bei den Behörden jetzt zu melden. Die Validierung wird noch einmal überprüft. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir unsere Kapazitäten einfach voll ausspielen können, um diese mehrere hundert bis tausend Proben pro Tag durchzutesten. Die Uni Innsbruck und das auf DNA-Analytik spezialisierte Spin-off-Unternehmen Sinsoma können so die massive Ausweitung der Testkapazität zur Bekämpfung des Coronavirus wirksam unterstützen.